3 Hundert sind in diesem Automaten schon raus. Jetzt schauen wir mal, was noch gutes bereit hält. Hm, da oben, schade. Jetzt kommt die fucking Pause hin. Hier raus die Hälfte und die�. Hier raus die Hälfte, ich meine Hälfte. Zum zweiten Mal gibt es mir vier Skaterpumpen, dabei möchte ich einmal fünf, na fuck, sorry Jungs, Pause.